Kafkas letzte Tage Dienstag, 29. April 1924 Die Liebe zur Natur Regen bei Temperaturen von 9 bis 15 Grad Jeden zweiten Tag kommt der junge Friseurgehilfe Leopold Schirrmeister ins Sanatorium Dr. Hoffmann, um die Patienten zu rassieren. Als der Kafka das erste Mal erblickt, ist er schockiert, weil dieser so abgemagert ist, dass er wie ein Knochengerüst aussieht. Kafkas Wangen sind so eingefallen, dass Schirrmeister Angst hat, ihn bei der Rasur zu verletzen. Da Kafka nicht mit ihm spricht, glaubt der Friseurgehilfe, der nichts vom Schweigegebot und den Gesprächsblättern weiß, dass der aus Prag stammende Dichter kein Deutsch versteht. Schirrmeister ist einer von wenigen Menschen aus dem Ort Kierling, mit denen Kafka während seines Aufenthalts Kontakt hat. Zwar gibt es das Gerücht, er habe Dora Diamant ins Ortszentrum begleitet und sogar eine Fahrt im Einspender unternommen. Solche Ausflüge sind jedoch wegen seines Gesundheitszustandes unwahrscheinlich. Möglicherweise blieb Kafka sogar der Garten des Sanatoriums verwehrt, obwohl er sich so gerne dort aufhalten würde. Zunächst aber jedenfalls sich in einen Garten legen und aus der Krankheit, besonders wenn es keine eigentliche ist, so viel Süßigkeit ziehen als nur möglich. Wie sehr Kafka die Natur genießt, wird in den Beschreibungen seines Aufenthalts 1920 in Meran deutlich. An seine Schwester Ottler schrieb er damals schwärmend, Auch in einem etwa gleichzeitig geschriebenen Brief an seine Freundin Milena Jessenska heißt es, von der Vegetation Südtirols fasziniert, Ich lebe hier recht gut. Mehr Sorgfalt könnte der sterbliche Leib kaum ertragen. Der Balkon meines Zimmers ist in einen Garten eingesenkt, umwachsen, überwachsen, von blühenden Sträuchern. Merkwürdig ist die Vegetation hier. Bei einem Wetter, bei dem in Prag fast die Pfützen gefrieren, öffnen sich vor meinem Balkon langsam die Blüten. Dabei voll der Sonne ausgesetzt oder allerdings dem tief bewölkten Himmel, wie seit fast einer Woche schon. Eidechsen und Vögel, ungleiche Paare, besuchen mich. Ich würde ihnen Meran so sehr gönnen. Überraschen mag, dass der 1920 gerade frisch pensionierte, schon sehr kranke Kafka in Meran auch gärtnerte. In einem Schreiben an Ottler beklagte er sich über die Hitze, die die Arbeit schwierig mache. Nicht einmal am Abend, nur am Morgen halte ich es aus, eigentlich im Garten zu arbeiten. Ganz leichtes natürlich. Unkraut durchhacken, Kartoffeln behäufeln, Rosen beschneiden, eine tote Amsel begraben und dergleichen. Aber für das Daliegen ist es im Durchschnitt kühl und schön. Nicht wärmer als in Prag. Doch schon in Zürau, wo Kafka im Jahr 1917 einige Monate zusammen mit Ottler auf einem Bauernhof verbracht hatte, zählte das Gärtnern zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Für den gemeinsam bewirtschafteten Garten gab er der Schwester in späteren Briefen Tipps. Für den Garten weiß ich nichts Neues, nur den beiliegenden Jauche-Düngungsratschlag. Seitdem ich heute zufällig in die Schrebergärten hinter Baumgarten gekommen bin, bin ich auf unseren Garten nicht mehr so stolz, ohne ihn deshalb weniger gern zu haben. Was wir dort gemacht haben, kann und tut fast jeder. Die Schrebergärten sind etwa jeder halb so groß wie unser Garten. Die meisten sind gut, viele aber ausgezeichnet bearbeitet. Durch einen eigenen Garten und viele Grünflächen zeichnete sich auch Kafkas letzte selbstgewählte Unterkunft in Berlin-Steglitz aus. Steglitz ist ein halbstündlicher, gartenstadtähnlicher Vorort von Berlin. Ich wohne in einer kleinen Villa mit Garten und Glasverander. Ein halbstündiger Weg zwischen Gärten führt zum Grunewald. Der große Botanische Garten ist zehn Minuten entfernt. Andere Parkanlagen sind in der Nähe und von meiner Straße ab führt jede Straße durch Gärten. Ein Podcast der österreichischen Franz Kafka Gesellschaft.